hey 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 hey, welcome back ich muss hier äh dem Vorsprung empor klettern das hab ich jetzt so mit getan, das war sogar easy fand ich ich hab das jetzt so ne Hüpfaktion, ich hab mir schon innerlich so ein bisschen so die Augen gerollt und dachte mir so Das soll unbedingt sein Muskelwärmchen! Und noch mehr Muskelwärmchen! Ja, aber nee, nochmal Glück gehabt. Auf geht es zurück Und dann endlich raus aus der Wildnis Ich versuche einfach nur die Lücke zu füllen vom Ladebalken Ladebalken Oh, ich wollte gerade ausrasten Gut Nämämämämämämämämämäm Game Nämämämämämäm Nämämämämäm Nächster Eingang Ausgang meinte ich Und dann darin. Und dann muss ich mal die Kommando-Dingens da benutzen. Sie ist instabil. Sie ist dem Zeitplan voraus. Und die Verluste sind akzeptabel. Ich bin so froh, eure Unterstützung zu haben. Die Relaisstation ist nur noch drei Ebenen entfernt. Bereitet euch vor, die Gemini-Frequenz zu hacken, sobald ihr drinnen seid. Es ist noch nicht so spät, um die Sache mit dem Chaos-Trupp in Ordnung zu bringen und die ganze Anlage zu zerstören. Nur über eure Leiche. Oder eure. Wir wollen ja nicht wählerisch sein. Ich habe Kalio aus gutem Grund auf diese Mission geschickt. Lasst sie ihre Arbeit machen. Wo verdammt nochmal wart ihr? Ich gebe euch später einen vollständigen Bericht. Erzählt mir, was ich verpasst habe. Alles. Ohne euch mussten wir improvisieren. Verdammt. Sprung-Truppen. Mindestens ein Dutzend. Ich bin fast in sie hineingerannt. Keine Panik. Vielleicht haben sie euch nicht gesehen. Denn doch wird die Lage gleich spa- Kalio, meldet euch. Kalio. Kein Signal. Wir brauchen einen Notfallplan. Wenn sie geschnappt wird und sie sie gegen uns einsetzen... Ich habe euch gewarnt, dass das passieren könnte. Wir gehen rein. Kalio hatte ihre Chance. Ihr seid dran, Major. Wir werden euch nicht enttäuschen, Commander. Chaos-Trupp, ausrücken! Was? Das war's? Echt jetzt? Ähm... Okay... Ja, da bin ich jetzt ein bisschen baff. Ich habe noch... Ich habe noch... Zehn Minuten. Was mache ich denn jetzt? Habt ihr gesehen, wie mich dieser Imperiale angestarrt hat? Ich glaube, ich wollte in die richtige Richtung nehmen, ne? Ah. Gut. Ich habe noch Posts, die ich noch lesen wollte. Ist bestimmt von... von Chatelle und Marr. Mal laufe ich in die falsche Richtung. Mama! So. Naja mal kicken. Ich möchte diesen Moment nutzen, um Ihnen zu sagen, wie glücklich ich mich schätzen kann, Ihnen dienen zu dürfen. Sie sind eine absolute Inspiration und ihr Dienst ist für die Galaxis, wird auf ewig für die Geschichte festgehalten werden. Wenn ich meine Tränen trüfen hätte, würde ich jetzt Freudentränen vergießen. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass ich Ihr persönliches Quartier mit sterile Kründigkeit gereinigt habe und nicht ein Staubmolekül, das einem wachsamen Sensorin entkommt. In Ihrer Kühleinheit finden Sie eine nahrhaftungssättigende Auswahl von Mahlzeiten, falls Sie mitten in der Nacht Lust auf einen Snack verspüren. Ich hoffe, ich kann Ihnen beweisen, wie schrecklich nützlich ich sein kann. Aus dem tiefsten Grunde meines Prozessors möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Sie hätten mich ganz einfach deaktivieren können. Ich kann von echtem Glück reden, an einer ordnungsliebenden Person wie Sie geraten zu sein. Okay, unbekannte Absender. Für Euch liegt ein langer und schwieriger Weg. Euch erwarten Momente, die Euch alles verlangen werden und zeigen, wer Ihr wirklich seid. Nehmt diese Herausforderungen an und beweist Euren Mund. Wir wissen, dass Ihr das könnt. Ihr müsst die Galaxis wieder zusammenfügen, nachdem sie von so vielen unachtsam auseinandergerissen worden ist. Das ewige Imperium hat Euch alles genommen. Jetzt liegt es an Euch, Euch alles wiederzuholen. Mahl und ich haben versagt, jeder auf seine Weise. Unsere Zeit endet, aber Eure beginnt erst. Eure Entscheidungen werden nicht nur die Gegenwart vom Sonnen, auch die Zukunft. Wir verlassen uns darauf, dass Ihr weise handelt. Möge die Macht Euch immer leiden. Hm, so unbekannt ist aber diese Absender jetzt auch nicht. Möchte ich behaupten. Juhu, dann will ich es nicht weiter in die Länge ziehen und würde einfach sagen, bis demnächst. Ich freue mich, dass Du eingeschalten hast. Und ja. Tschüssi Kowski, ne? Ciao, ciao.